Musik Ich habe schon immer gerne Musik gelassen und einfach immer zu gesungen und probiert, das Gleiche zu singen, wie die gesungen haben. Ich singe heute immer noch, weil das ist meine absolute Leidenschaft. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ich arbeite heute Mitte 2013 bei Jung-Henrich als Teamleiter in Disposition. Zusammen mit meinem Team schauen wir, dass die Kundendiensttechniker die optimale Wartung der Anlagen gewährleisten, damit möglichst wenig Störungen passieren. Das Spannende an meinem Job ist, dass er so vielseitig ist. Für mich persönlich ist wichtig, dass das Zusammenspiel zwischen den Schnittstellen in der Firma funktioniert, dass wir als Team in der Disposition aber auch zusammen funktionieren, dass jeder am gleichen Strick kreisst und schlussendlich der Kunde zufrieden ist. Am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, habe ich Intralogistik nicht gekannt als Begriff. Jetzt in der interne Weiterbildung, die ich hatte, habe ich gemerkt, dass Jung-Henrich alles anbieten konnte. Vom einfachen Stapler oder Palettrolli bis hin zu der Förderanlage, die innerhalb einer Firma die Ware verteilen konnte. Vergleichbar ist Job und Musik in diesem Sinne schon, dass die Professionalität hier sein muss. Man hat zusammen eine Idee und alle haben aber die gleiche Leidenschaft für genau das. Und das macht dann total stolz, einen Teil davon zu sein und zusammen mit verschiedenen Leuten als Team den Weg zu gehen. Auch in der Musik. Es geht auch nicht nur um mich, es geht um die ganze Band. Und zusammen machen wir diese Musik, die dann transportiert wird, die zu den Kunden geht, sei das Publikum wie auch beim Geschäft. Musik Musik Don't you come back no more What you say, hit the road track Don't you come back no more, no more I want no more, hit the road track Don't you come back no more Don't you come back no more